Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doom und wir sind noch hier mit den Rätsel, wie wir weiterkommen. Das ist nicht gespeichert jetzt hier, mal kurz. Rot haben wir geholt, oder? Ja, Rot haben wir geholt, hat doch gespeichert. Okay, ich denke, die Tür geht normal auf. Ich denke, das war nur, um da hochzukommen. Dementsprechend gehen wir jetzt mal weiter. Ja, da ist der Grüne von dem her gesehen. Oh, okay. Ich bin eigentlich nicht mehr. Ja, einige haben wir zwar noch. Ich habe nicht so voll wie jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Was war das jetzt eben? Das Klang wie eine Mächte herumstampft. Okay, wir haben gleich ein neues Monster zu sehen. Oh, der. Ach du Scheiße. Wir haben keine Emotion mehr. Okay, scheiße, das hat mich keine Emotion mehr. Oh, was. Der Gun hier umzubauen. Ist ein bisschen heftig, oder? Okay, warte mal. Moment mal. Das klingt so nach Dämonen irgendwie. Was ist da oben? Mein Auge? Mal kurz über. Aha, okay. Auf der anderen Seite gibt es schon mal eine Rüstung. Oh. Oh. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ach, verdammt. Den habe ich nicht gesehen. Mein Gott. Das hat echt eine Rüstung. Äh. Echte Waffenarmut hier. Ach, sehr gute Position. Gut, wir halten die Waffe trotzdem mal drin. Ähm, okay. In dieser Richtung sollte es noch eine Panzerung sein. Nach der Karte. Hier drüben. Ja, hier ist sie. So. Da. Ah, und hier komme ich zu dem... Genau. Jetzt kommst du zu dem Mondenportal, was wir letztens damals gesehen haben, wo ich hinkam am Anfang. Okay. Geheimnis gefunden. Sehr gut. Okay, Panzer. Alles klar. Die Betrüstung, wenn ich mit Wolke da ausschalte. Ist ja eigentlich schlecht, von dem her gesehen, ne? Schauen wir mal die Prüfung. Schreiben wir uns das an. Ob wir das auch auf Anhieb schaffen, werden wir dann sehen. Wir müssten mehr Runen auf einmal verwenden können. So. Schauen wir uns mit dem Kampfschlopfen in alle Ziele aus. Bevor die Tag brav ist. Die Gesundheit ist sehr niedlich, um zu überleben. Ach, du Scheiße. Ein Leben? Oh, nein. Oh, nein. Die Verarschen. Ähm. Oh, weg, weg, weg jetzt. Der noch? Was? Ich bin mir leid, das ist mir die Zeit ja nicht. Oh doch. 20 Sekunden noch der. Boah. Das war echt übel, ey. Wir haben uns echt nicht mal getroffen. Ich weiß nicht mal, woher die Schüßung kam. Kannst du wirklich aus den Glory Kills raus? Ich bin gar nicht sicher, ey. So, jetzt müssen wir doch mal schauen, wie ich die Rune aktivieren kann, weil die Rune ist wirklich nicht... Ah, jetzt schauen wir uns an. Es hat einen Platz für die Rune. Sehr gut. Ähm. Wann das jetzt bietet eine deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle? Das hier, genau. Jo. Da kann man gerade auf weite Empfernung machen und wir kriegen mehr Rüstung. Boah. Bestes Forderung. Was gibt's denn nach eigentlich? Ich bin gespannt mal, was es denn da gibt eigentlich, wenn man das mal hat zum... Ähm. Ähm. Okay. Jetzt habe ich aber alles, womit da war. Ein Upgrade möglich. Ähm. Wo war das jetzt? Nicht das? Hier. Buff Upgrades. Könnte man gerade die ja ausüsten. Komm, machen wir ja. Kauf und so. Okay. Boah. Cool, das sind Ziele. Wie krass denn das bitte schön. Okay, das haben wir jetzt. Jetzt die Frage, komme ich jetzt wieder zurück hier, wie ich gekommen bin? Ja, komme ich wieder. Okay. Jetzt nicht alle nochmal durch... äh vorbeiraufen. So, Mission habe ich glaube jetzt alle inzwischen wieder voll. Ähm. Ja, dann müssen wir da weiter. Oben wäre auch irgendwas noch. Die Frage, damit komme ich da hoch. Auf den Berg oben. Hier komme ich rüber. Oh je. Oh oh. Blut hier an Wänden. Ich denke, ich komme hier rüber. Wahrscheinlich jetzt hier so. Ja. Dann. Ich habe es jetzt geöffnet, oder was war da oben jetzt? Warte mal. Warte hin. Was ist da oben? Von vorne komme ich da auch nicht hin. Muss schon so gehen. Okay, warte. Man kommt von der anderen Seite rüber. Ach du Scheiße! Guck mal was die Aufklärung gemacht hat. Herz raus. Ach du Scheiße! Hier drüben eine. Da kommt noch ein Schiep. Das war das Ideen, dass ich es noch haben. Ist das schon wie so ein blöderes Auge? Okay. Ja. So. Sayonada. Ja. Ja. Wir können echt so verweilt die Stanz die brauche ich jetzt machen. Noch mal so ein Auge. Okay, da war ein Boost. Passt. Passt. Kann ich schon da? Ja. So. Die haben wir. Ja. Ja. Das war auch. Ja. Ja. Boah. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir heute mehr Macht. Ich würde sagen, diesmal gehen wir mal auf Munition. Da haben wir uns immer so ausgeliefert. Ja toll. Okay. Geht doch noch. Okay. Ist hier noch was? Aha. Beim Schiff müsste was sein. Ah das hier. Man sieht die kaum um die Sachen. Oh, das war ja für die Ketten-Serie gewesen. Okay. Ähm. So. Was sag ich mal. Schroppflinther. Quellenfehler. Ach du Scheiße. Hier sieht's auch aus. Ähm. Okay. Wer oder was hat das getötet? Ähm. Hallo? Okay. Eine Keycard. Warum ist das Ding tot? Du kannst kein Team schicken um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein bevor du es gefunden hast. Okay. Was ist der, 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 der? Ein Roboter befehlt hier alles. Okay. Ist hier noch was habe ich noch was hier? Das vielleicht wichtig wäre. Beispiel dieses Neck. Cheesy Mac. Cheesy Mac. Hehehe. Oh Mann. Ähm. Jetzt gibt's mehr da. Komm ich denn da hoch? Aha. Manchmal finde ich echt wie man die Sachen sonst finden sollte ohne Karte. Die muss man ja echt hier benutzen. Na komm schon. Bitte den Namen. Wow Captain America Style. Okay. Da hab ich das auch geholt. Gut. Jetzt holen wir wieder. Zogen gestattet. Ähm. What? Okay. Weg ohne Rückkehr. Nein. Na hoch. Ja. Aha. Darum also. Fällt mal runter. Wir wollen einfach diesen Upgrade fail halten. In der Predator Marke. Ähm. Gibt's hier was noch, das wir aufrüsten können? Mit zwei. Hier wäre was. Verstärker. Ja komm. Mal die Verstärker verbessern. Das ist ja was das vorhin war mit der, mit der, mit dem Panzer. Aber ich hab grad gedacht mal runter zu spielen. Da ist doch dann ein Rüstungssymbol. War dann dieses. Okay. Ich hab das Gefühl es gibt gleich einen großen Kampf wieder. Ach du Scheiße. Was sieht denn das hier aus? Okay. Wenn ich da vorne hingehen. Aktivieren mit dem Trigger. Unautorisierte Exkursionen in die Sperrzonen außerhalb der Basis sind verboten. In Sicherheit und Fernung werden höchstinstabile Altefate untersucht und empfindliche Experimente durchgeführt. Ihre Sicherheit in diesen Bereichen kann nicht gewährleistet werden. Ja super. Ich weiß nicht, hier kann ich die Beiratze. Ähm. Ja, aber halt mal. Ach so, warte mal. Da kam jetzt her. Das haben wir anscheinend schon mal erforscht hier. Hier waren wir schon mal. Was war das Set hier? Komm, jetzt gehen wir kurz schauen. Ja, ich hatte mir schon mal eine Schlacht habe ich das Gefühl. Mhm. Unten sind wir noch nicht durch damals. So wie es von der Karte aussieht. Da war irgendwas noch. Das haben wir geholt jetzt inzwischen. Das heißt, wir müssen hier unten durch jetzt. Okay. Aber bis zu was, machen wir jetzt eine nächste Folge. Wenn wir sehen, ob die zweite Gate schaltet, um die das nächste Mal wieder ein zu Doom. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Und tschüss.